Ja, liebe Gäste, willkommen zu einem nächsten Highlight des heutigen Nachmittags. Es geht weiter mit wunderbaren Gesängen. Begrüßen Sie mit mir, mit uns, die Youngstars, den Chor Sauerquake. Ja, diese junge Truppe steht unter Leitung von Charles Conrad und ihrem ersten Vorsitzenden Tom Heusburg. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen gespannt sein. Ich spinne es auf. Diese junge Truppe startet mit einem Stück von Wolfgang Amadeus Mozart und dem Titel Eine kleine Nachtmusik. Sie durften auch gespannt sein auf Theo, den Bananenbrot-Song von Rolf Zukowski. Sie bringen dann ein traditionelles südamerikanisches Lied und machen weiter mit The Lazy Song. Anytime You Need a Calypso von Jan Holstock ist der nächste Song, gefolgt von Skip to my Lou. Und Sie enden, Sie kennen es alle, The Drunken Sailor, ein traditionelles britisches Chanti. Lassen Sie sich verzaubern. Und wenn ichποensch bunge signature the five Wolldern. Genau, wo einrar und so auf D출. Und wenn man sichfires mitacha, m playlist aber noch auf Durun 같아요. Untertitelung des ZDF, 2020